Jo, moin Leute, nochmal zum Gewinnspiel, den 10 Euro Amazon Gutschein hat Real Madrid 10,90 gewonnen, also der Mensch mit diesem YouTube Nutzernamen hat sich bei uns gemeldet, herzlichen Glückwunsch nochmal an der Stelle an dich, 10 Euro Gutschein haben wir dir geschickt, viel Spaß damit auf jeden Fall, wenn du noch nicht eingelöst hast. Er wollte aber nicht das Spielunkent-T-Shirt haben, wie warum auch immer, ist mir unerklärlich, wie man das nicht haben wollen kann, aber gut, so ist es nun mal und deswegen machen wir nochmal eine kleine extra Auslosung, also der Amazon Gutschein ist weg, Spielunkent-T-Shirt ist noch da, das heißt, das könnt ihr noch gewinnen, ich mache jetzt aber nochmal ein neues kleines Video und ihr kommentiert das einfach mit die Spielunken, wenn ihr an dem T-Shirt interessiert seid und wenn nicht, kommentiert ihr einfach gar nicht, dann lasst ihr es einfach sein, weil die meisten haben wahrscheinlich eh wegen dem 10 Euro Amazon Gutschein mitgemacht, aber hey, okay, das T-Shirt ist noch da und wer Bock hat, das zu haben und selbst wenn ihr es nur beim Malern tragt oder zum Schlafen, mein Gott, ist für umme, also kommentiert einfach das Video mit die Spielunken und dann werden wir dem Gewinner das T-Shirt zuschicken und wenn ihr es nicht haben wollt, dann eben nicht, aber Gewinnspiel kam auf jeden Fall sehr gut an, werden wir sicherlich nochmal irgendwann machen, dann vielleicht auch mal mit einem höheren Gewinn, vielleicht mal ein 20 Euro Amazon Gutschein, aber da gucken wir mal, so, ja, genau, das war es eigentlich auch schon, ansonsten, wir müssen natürlich noch den Zeitraum festlegen, heute haben wir den 1. Dezember, sagen wir mal, wir geben euch mal bis zum 9. Dezember Zeit, könnt ihr das Video kommentieren, so rund eine Woche, ich denke, das sollte reichen, dass jeder das checken sollte, dass er das Video kommentieren muss, wie gesagt, mit die Spielunken und unter allen richtigen Kommentaren verlosen wir dann ein Spielunkt-T-Shirt in der Größe L, ihr seht es auch im Hintergrund des Videos nochmal, die Controller gehören nicht dazu, einfach nur so, ja, als Deko mit auf die Fotos gekommen, damit es ein bisschen cooler aussieht, Ja, ansonsten, was sollen wir sagen, schaltet fleißig ein, bei Battlefield 5 haben wir jetzt viele neue Videos in Planung, auch demnächst wieder mit Splitscreen, also mit dem geteilten Bildschirm, aber ich werde jetzt nicht zu weit abschweifen, FIFA natürlich auch immer sehr geile, heiße Duelle, sollten sich auch die Battlefield-Fans mal reinziehen, das ist wirklich immer sehr lustig und einer kriegt am Ende immer schlechte Laune, ich weiß nicht, woran es liegt, aber einer von uns beiden, P-Berg-Boy oder wenn uns mich hat, dann immer eigentlich miese Laune am Ende des Spiels, ja, gut, in diesem Sinne wollen wir nicht weiter drum rumlabern, wenn ihr Bock habt, das T-Shirt zu gewinnen, einfach kommentieren die Spielunken und, ja, ich sag, Bye-Brei, Ciao Kakao, bis Danny DeVito in Ben Uzmis Namen und dann wünsche ich euch noch ein wunderschönes Wochenende oder einen guten Start in die Woche, wann auch immer ihr dieses Video guckt und bis dann, ja.